Zuvor bei Mass Effect. Wir schreiben das Jahr 2183. Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit die Menschheit auf dem Mars Ruinen der ausgestorbenen Proteaner gefunden und mit diesem Wissen die Massenportale entdeckt hat. Nun sind sie ein Teil der galaktischen Gemeinschaft, dessen Zentrum die Raumstation Citadel ist, gelten aber immer noch als Neuankömmlinge. Als unserem Protagonisten, Commander Shepard, ein Posten als Spectre angeboten wird, stellt dies auch für die gesamte Menschheit eine gewaltige Chance dar. Als Spectre steht man über dem Gesetz und erhält seine Aufträge direkt vom Citadel-Rat. Die Erwartungen an Shepard sind enorm, weshalb er seine Eignung unter Aufsicht des turianischen Spectres Nihilus beweisen soll. Dazu soll er den Transport eines ausgegangenen proteanischen Senders von der Menschengolonie Eden Prime zu Citadel überwachen. Die Routine-Mission wird zum Desaster, als Eden Prime von einer außerirdischen Streitmacht überrannt wird. Diese wird von Nihilus früherem Mentor Saren Eterius angeführt, der Nihilus hinterrücks erschießt. Es gelingt uns zwar die Kolonie zu sichern, kurz darauf aktivieren wir aber versehentlich den Sender, der uns eine zerstückelte Version ermittelt und sich anschließend überlädt. Auf der Citadel müssen wir uns für unser Scheitern vor dem Rat verantworten. Letztendlich schaffen wir es aber Saren zu überführen und treffen dabei auf den turianischen Sicherheitsoffizier Gareth Vakarian, die quarianische Technikexpertin Tali Zora Naraya und den kurganischen Kopfgeldjäger Earthnot Rex. Wir werden zum Spectre ernannt und erhalten den Auftrag, Saren zur Strecke zu bringen. Dazu erhalten wir das Kommando über die Normandy, einer Fregatte mit einer revolutionären Tarntechnologie. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Saren hat ebenfalls die Vision gesehen und sucht mit diesem Wissen nach der Conduit, mit deren Hilfe er glaubt, die Rückkehr der Reaper herbeiführen zu können. Einem Maschinenvolk, das offenbar für das Aussterben der Proteaner verantwortlich ist. Unsere Mission führt uns nach Varum, wo wir die Azari-Archäologin Liara Tessoni rekrutieren. Mit ihr reisen wir zum Eisplaneten Nuveria, wo wir die Pläne ihrer Mutter Benesia, ein Ei der ausgestorbenen Rachni zur Ertrafung einer Armee für Saren zu nutzen, vereiteln. Obwohl es ein Risiko ist, schenken wir den Stand an Rachni-Königin die Freiheit. Auf Varus ergründen wir das Geheimnis des Torianers, einer uralten Pflanze, und erhalten den Cypher, welches uns erlaubt, die Vision des Senders klarer zu sehen. Hier bemerken wir, dass der Sender bereits beschädigt war und Teile der Vision fehlen. Die Spur führt uns letztendlich nach Vermeier, wo Saren begonnen hat, kuganische Soldaten zu klonen. Zusammen mit einem Team der salarianischen Special Task Group unter der Leitung von Captain Carrahy beginnen wir die Durchführung eines Plans zur Zerstörung der Anlage. Während des Angriffs erfahren wir, dass Sarens Schiff, die Sovereign, nicht bloß ein Reaper-Schiff, sondern ein eigentlicher Reaper ist. Sovereign erklärt uns, dass sowohl die Massenportale als auch die Citadel von den Reapern gebaut wurden und dass die Zivilisationen der Galaxie bald geerntet werden sollen, wie es auch mit den Proteanern geschehen ist. Währenddessen schreitet unser Plan weiter fort. Als aber sowohl Kaidan Alenco als auch Ashley Williams in Not geraten, müssen wir uns entscheiden, wen wir retten. Nach einem Kampf mit Saren entkommen sowohl er als auch wir der Explosion. Aber der Preis ist hoch. Als wir alle Puzzleteile zusammensetzen, erkennen wir, dass sich die Conduit auf dem Planeten Eilos befindet. Nach einer kleinen Verzögerung gelangen wir dorthin und verfolgen Saren durch eine proteanische Forschungseinrichtung. Dort treffen wir auch auf die VI Vigil, die uns erklärt, dass die Citadel nicht nur eine Raumstation, sondern auch ein gewaltiges Massenportal ist, über das die Reaper in unsere Galaxie einfallen werden. Wenn wir Saren und Sovereign nicht aufhalten, droht allen raumfahrenden Völkern der Galaxie das Schicksal der Proteaner. Du musst einen Zyklen brechen, der für Millionen Jahre weitergegangen ist. Aber um es zu stoppen, musst du verstehen, oder du wirst die gleichen Fehler gemacht werden, wie wir gemacht haben. Wenn der Citadel Relay aktiviert, werden die Reaper durchgeführt, und alles, was du kennst, wird verletzt. Während Sovereign die Citadel angreift, folgen wir Saren durch die Conduit, einem von den Proteanern gebrauteten Miniatur-Massenportal, in die Citadel, und konfrontieren ihn im Präsidium. Mit Hilfe einer Flotte der Erdallianz besiegen wir Saren und zerstören Sovereign. Die Menschen halten als vierte Spezies einen Sitz im Citadel-Rat, aber uns ist klar, dass der Krieg gegen die Reaper gerade erst begonnen hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!